Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und zwar zur asymmetrischen wieder mal. Leider muss ich euch mit ein bisschen Mathe plagen und zwar nicht so einfache Mathe, denn es gibt Grundlagen, die man leider hier braucht. Und das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren in der Serie, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und zwar geht es heute um zyklische Gruppen. Die brauchen wir für den Diffie-Helmen-Schlüsselaustausch, damit wir den irgendwie nachvollziehen können beziehungsweise später werden wir es auf jeden Fall brauchen. Deswegen machen wir heute zyklische Gruppen. Zyklische Gruppen sind nicht gerade einfach zu verstehen, aber ihr kennt eine schon, wenn ihr programmieren könnt. Ich nehme mal an, ein paar von euch können programmieren, ein paar von euch werden es nicht können, aber das macht nichts. Für die werde ich das natürlich auch erklären. Okay, wir haben eine sogenannte Gruppe Z4 zum Beispiel. Das ist eine zyklische Gruppe. Und diese zyklische Gruppe bedeutet, es sind nur vier Elemente innerhalb dieser Gruppe. Also das ist sozusagen eine Menge an Zahlen und es sind nur vier Elemente drin, nämlich 0, 1, 2 und 3. Und mehr Elemente gibt es nicht. Und der Witz ist jetzt dabei, dass wenn wir, also wir können hier addieren und multiplizieren zum Beispiel. Teilen ist nicht ganz so toll, weil wir haben hier eine 0 drin, das heißt Teilen geht nicht uneingeschränkt, aber wir haben sozusagen immer die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt ein Inverses davon und so weiter und so weiter. Aber das brauchen wir alles gar nicht, keine Sorge. Okay, was passiert jetzt, wenn wir auf 3, 1 drauf addieren? Denn es gibt ja keine 4 in dieser Gruppe. Es gibt ja nur 0, 1, 2 und 3. Ja, was wir dann machen ist folgendes. Wir sagen 3 plus 1, denn 1 ist ja offensichtlich in der Gruppe drin. 3 plus 1 ist 0. Fertig. Und 3 plus 2 ist wieder 1. Also wir fangen nach der 3 einfach wieder vorne an zu zählen. Und deswegen nennt sich das ganze Ding zyklische Gruppe. So, wenn ich jetzt multipliziere, dann kann ich das genauso machen. Also 3 mal 2 ist wiederum 6. Wie immer. Nur, dass es keine 6 gibt. Also 4, 5, 6. Das bedeutet 3 mal 2 ist 2. Super. Und ja, dann kann ich auch 3 mal 1 rechnen. 3 mal 1 ist aber langweilig. 3 mal 1 ist nämlich immer 1. Deswegen ist 1 das sogenannte neutrale Element der Multiplikation und 0 das neutrale Element der Addition. Denn wenn ich 3 plus 0 mache, dann komme ich auch wieder bei 3 raus. Neutrales Element heißt, dass wir uns nicht bewegen, sozusagen, innerhalb der Gruppe. Okay. Das war ganz, ganz kurz umrissen, wie zyklische Gruppen funktionieren. Wir sind aber noch nicht fertig. Es gibt nämlich auch eine Ordnung davon. Nämlich, die nennt man meistens Q. Und Q ist immer, oder auch Betrag von Z4 geschrieben. Diese Betragsstriche kennt ihr vielleicht aus der Schule noch. Dieses Betrag bedeutet einfach, wir zählen in diesem Fall die Elemente drin. Q ist die Ordnung. Und die gibt mir an, wie viele Elemente sind denn hier in dieser Gruppe drin. Also 4. Ja. Und das ist relativ easy in dem Fall. Wir haben hier einfach 4 Elemente in der Gruppe. Also ist meine Ordnung auch 4. So. Was wir jetzt noch brauchen, sind Generatoren. Generatoren sind nicht so einfach zu verstehen. Aber man kann sie sich herleiten. Und zwar sind Generatoren folgendes. Wenn ich jetzt hier eine 2 habe, zum Beispiel. Und ich kann, wenn ich 2 mal 2 rechne. 2 mal 2 ist ja in dem Fall 0. Und 2 mal 3 ist, ach schade, in dem Fall leider nicht. Okay, dann machen wir hier folgendes draus. Wir machen hier Z5 draus. Geht leider nämlich gerade nicht. Okay. 2 hoch 1 ist ja, also 2, Moment, ich schreibe es in eine neue Zeile. 2 hoch 1, ich schreibe hoch so. Oh, perfekt. Das wird sogar so geschrieben. Ist ja geil. 2 hoch 1 ist 2. Kennen wir ja aus der Mathematik, ja. 2 hoch 2, na komm schon. Jetzt. 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 3, kennen wir auch, ist 8. Und so weiter und so fort, ja. Und wenn wir jetzt mit diesen paar Elementen, die wir durch dieses Hoch kriegen, also da kann es natürlich noch weitergehen. 2 hoch 4 ist dann 16. 2 hoch 4 gleich 16. 2 hoch 5 gleich 32 und so weiter und so fort. Und wenn wir mit diesen Zahlen hier meine ganze Gruppe aufbauen können, also jedes Element dieser Gruppe einmal erreichen können, mindestens einmal erreichen, dann haben wir einen sogenannten Generator. Das heißt, 2 mal 2 ist 4. Das heißt, ich bin schon mal hier bei diesem Element. Die 8 wiederum ist, wenn wir jetzt hier weiter zählen, 0, äh, das ist 5, 6, 7, 8. Die 8 ist die 3. Und wenn wir jetzt bis zur 16 gehen, kriegen wir vielleicht die 1 und dann irgendwann vielleicht die 0. Und dann ist die 2 ein sogenannter Generator. Wenn wir hier 2 hoch irgendwas, also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, beliebig oft und wenn wir dann irgendwann mal alle Elemente in der Gruppe kriegen, dann haben wir einen sogenannten Generator. So, Generatoren werden meistens mit g abgekürzt, also klein g, g zum Beispiel gleich 2. Ich weiß jetzt nicht mal, ob in dem Fall tatsächlich 2 ein Generator ist, aber die Gruppe sollte auch nicht zu groß werden. Okay, ähm, wie gesagt, ihr kennt schon eine zyklische Gruppe, und zwar kennt ihr nämlich die z2-Gruppe. Also die Gruppe der ganzen Zahlen Modulo 2 nennt sich das. Und diese Gruppe ist 0, 1, denn wenn ihr 0, 1, 1 drauf addiert, also 1 plus 1, dann kommt ihr wieder bei 0 raus, denn 2 gibt es ja nicht mehr. Und das sind die Binärzahlen zum Beispiel. Ihr kennt aber auch noch eine, für die Leute, die programmieren können, die Zahlen, die Integer in Java zum Beispiel oder in jeder anderen Sprache, die sind auch begrenzt. Es gibt eine maximale Zahl. Und diese maximale Zahl ist sehr, sehr hoch. Also das heißt, hier haben wir irgendwie, keine Ahnung, also das stimmt jetzt auf keinen Fall. Ich weiß, dass es nicht die Zahl ist. Ihr könnt es gerne mal nachgucken, was es tatsächlich ist. Ähm, aber diese hohe Zahl, wenn ich da 1 drauf addiere, dann komme ich wieder bei meiner niedrigsten Zahl raus. Und wenn ich nur die ganzzahligen Zahlen benutze, dann fange ich wieder bei 0 an. Und dann haben wir auch so eine sogenannte zyklische Gruppe. Okay? Ja. Ähm, soviel zum Thema zyklische Gruppen. Das wird erstmal reichen. Falls ich noch irgendwas nachreichen muss in Mathe, dann, äh, werde ich natürlich da auch einzelne Videos dazu machen. Also ich möchte die Serie eigentlich so gestalten, dass ihr das Ganze ohne Vorwissen hinkriegt. Außer ein paar grundlegende Sachen wie Plus, Mal. Und potenzieren solltet ihr auch können. Also 2 hoch 5. Für die Leute, die nicht potenzieren können, ist 2 mal, 2 mal, 2 mal, 2 mal, 2. Also 5 mal die 2 genommen. Also 2 und das Ganze 5 mal. Okay. Ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles gecovert, was wir so dringend brauchen werden im nächsten Video. Deswegen, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ich 이거. 5, 5, 6, 6, 7, 7, Vielen Dank.